Ihr Fußballen befindet sich auf der Kante des EREX Balance Pads. Schieben Sie Ihr Knie aus der leichten Schrittstellung gerade über die Fußspitze. Bei dieser Übung liegt der Schwerpunkt in der Mobilisierung des Fußgelenks. Zudem dehnen Sie Ihre Wadenmuskulatur des hinteren Beines. Um alle Bewegungsrichtungen zu erfassen, können Sie Ihr Knie auch diagonal abwechselnd an den äußeren Zehen vorbeiführen. Um Ihr Fußgelenk seitlich zu mobilisieren, sollten Sie das freie Bein vor dem EREX Balance Pad nach rechts und links schwingen. Bis zum nächsten Mal.